Lasst uns bitten, dass Ina und André glücklich bleiben wie am heutigen Tag. Dass ihre Liebe von Tag zu Tag gestärkt wird. Dass sie lernen, zusammen zu fühlen, zu denken und zu leben. Mögen sie sich täglich neu verlieben und nicht in der Alltäglichkeit erstarren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seit über vier Jahren sind sie schon beisammen. Sie haben sich in dieser Zeit wirklich gut kennengelernt. Sie haben gesehen, dass die Liebe auch etwas aushält. Da war ein Jahr Fernbeziehung dabei. Das hat die Liebe alles mitgemacht. Und unsere Braut ist dann nach ihrer Ausbildung hergezogen. Und sie haben dann gleich ihr Leben zusammengeworfen, haben eine gemeinsame Wohnung bezogen. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. In Gesundheit und Krankheit. Bis der Tod entscheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren. Alle Traur in meinem Leben. Ich wähle mich wieder. Es geht mich immer wieder. Es geht mich an and unboxing. Wir freuen uns auf eine unvergessliche Hochzeitsfeier mit euch und wünschen euch allen viel Spaß. Und somit ist das Buffet eröffnet. Dankeschön. . Hey, 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 hey Every day